Interessant. Also der macht interessante Moves. Muss ich zugeben. Und da du sowieso instant das Fenster benutzt, mein Freund. Alleine nur deswegen fokuste ich den jetzt, weil der meint, er müsste das Fenster unbedingt benutzen. Nur deswegen fokuste ich ihn. Wie geht's dir denn, Matt? Alles fein bei dir. Auf Wiedersehen. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn, Matt? Alles fein bei dir. So, Fenster zu, Baby, ne? Ja, scheiße, ne? Haha. Fenster ist zu. Dumm gelaufen. Mir geht's wunderbar. Wochenende, dann ne Woche Urlaub. Klinge nicht besser. Das freut mich doch zu hören. Nice, nice. Block, nennt man das. Next ins Fenster. Wenn man's ein- oder zweimal benutzt, ist's okay, ne? Aber der Dwight, der meinte dann tatsächlich, er müsste es durchgehend benutzen. Und da werd ich ein bisschen salty auf Dauer. Ja, hört's doch gut an. Überrasch. ? ? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020